Wo wollt ihr denn abgelassen werden? So hoch wie möglich. Hoch. Aber noch nicht so steil. Sonst werden wir durch den Boden gedrückt. Wir müssen noch mal gerade sein. Ich muss ja rausschießen. Noch nicht. Ich sag nur, wenn wir fahren, wenn wir alle rausgehen können. Und am besten müsste es, weil wir fahren ja, ich fahr ja hinten raus, dass du vielleicht wenn wir hoch sind, einen Sturzflug machst, damit ich nach oben fliege. Du kannst ja hinten raus. Du kannst ja vorne raus. Nee, ich möchte hinten raus. Hey Florian, wieso nimmst du bei Hals wie Neoangin? Was? Ihr kennt den Werbeswort nicht. Florian, wieso nimmst du bei Halsschmerzen Neoangin? Weil es mir besser schmeckt. Das ist Neo-Genial. Neo-Genial. Ich zeig's dir. Ah, sind wir nicht so steil. Das schaffst mein Mini nicht. Wie unsere Rauchschwunde, weil die durchfliegen. Bitte nicht so steil fliegen. Ich muss auf mein Mini gehen. Ah. Nein, ich will dich nicht. Jetzt ist mir bitte nicht. Jonas, hilf mir bitte. Ich kenne dich doch schon ein. Ja, jetzt. Ready. Ready. Ich schieß vorne raus. Ready for Freddy. Ich will auch vorne raus. Wuuu. Ich bin vorne raus. Zeit, Zeit. Wuuu. Yo. Alawakba. Brrrr. Oh, ich bin der Super-Melee. Ach du Scheiße, sind wir hoch. Ich bin der Super-Melee. Jol. Flo, ich hab... Ey, ich teleport nicht. Oder geht nicht? Playerless. Ähm. Cortana. Hey Florian. Teleport. Oh, 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 oh. Oh, hier steht ein Flugzeug. Ich bin der einzige Kamikaze in dieser Gruppe. Komm mal, das Ding ist übergehalten. Wir müssen uns gleich explodieren. Dann lass uns das doch mal testen.